Hallo, heute geht es um das Thema richtiges Lüften und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Der größte Fehler sind gekippte Fenster. Dadurch kühlen die Wände aus und es begünstigt Schimmelbildung. Und deshalb, besser ist besser, drei bis vier mehr am Tag Stoßlüften, anstatt bei gekippten Fenstern Dauerlüften. Und so könnt ihr euch bis zu 155 Euro im Jahr in einem Einfamilienhaus sparen. Und wichtig ist, bei geheizten Räumen die Türen zu schließen, denn sonst hat man Wärmeverlust. Und jetzt checken wir, ob die Fenster dicht sind. Einfaches Papier einschieben, Fenster schließen und ziehen. Fenster dicht. Vorhänge und Rollos im Winter immer zu, das bringt noch einmal 15 Euro im Jahr. So, das war's. Mehr coole Energiespartipps findet ihr auf der Webseite der Salzboi.bg. Wir freuen uns über ein Like, abonniert unseren Kanal und da oben findet ihr noch mehr coole Infos. Bis bald. Ciao, ciao.